Wir sind in einem Streethouse. Moment. Jetzt. Äh, jetzt. Charles Thompson. So, ich muss den Schock von der letzten Runde erstmal verarbeiten. Deswegen gehen wir mit dem Thermometer rein, damit bloß nichts passieren kann. Das ist Ridgeview, glaube ich. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Na, ich gehe jetzt mal wieder rein. Nein. Nein. Wir wünschen dir ein Merry Christmas, wir wünschen dir ein Merry Christmas, wir wünschen dir ein Merry Christmas und ein Happy New Ghost. Da sind wir mal wieder im Wohnzimmer. Die Reihenfolge sollte ich mir angewöhnen. Die aufpoppenden Vorhänge. So. So. Immer so aggressiv, diese Geister hier. Wo soll das noch hinführen? Zumindest haben wir jetzt die Geisterbox, die war ja eben derbe überfällig. Das ist noch sehr hell. Warum ist das noch so hell? Ich sehe hier mal nix, aber es ist wirklich noch sehr hell, muss man leider sagen. Da wäre jetzt hier schon ziemlich viel aus. Sofort. Oh, gefriertemperatur und gefriertemperatur. Blinky blink. Blinky blink. So, hier hatte ich gerade schon geguckt. So viel Möglichkeiten Fingerabdrücke zu hinterlassen hast du hier eigentlich gar nicht. Und hier warst du noch nicht drin, sonst ist jetzt die Tür wahrscheinlich aufgemacht. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder woanders hin. Das ist gut. Was ist das Buch? Okay. Äh, Dämon! 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 Gefriertemperaturen, Geisterbox, Geisterbuch, Dämon. Äh, und jetzt der ganze andere Schamas. Erstmal den da. Was haben wir denn da? Das ist unser Kruzifix. Pfff! Was war das? Was war das? Nicht Salz, äh, Räucherstäbchen. Gut, dann gibt es jetzt auf jeden Fall keinen Dingens, äh... Äh, ich weiß nicht genau wo er ist, aber ich hatte schon hier die, da läufst du relativ häufig durch, deswegen schmeißen wir das mal da hin. Und jetzt, äh, machen wir doch Knochensuche. War ja im Gefängnis gerade nicht so drin. Dann gehen wir mal hoch, sonst hab ich nichts mehr dabei. keine. Uh! Jetzt! Hallo, Mr. Knochen. Gut, ähm, jetzt noch Räucherstäbchen. Ich hätte natürlich wie immer gerne ein Foto vom Geist. Und nicht immer nur dieses langweilige Mistgeblinke. Ist toll, wie das Buch komplett schwarz ist, es sei denn, man leuchtet rauf. Es ist in einem komplett beleuchteten Raum. Okay, äh, dann möchte ich noch einen Bewegungsmelder holen, weil der Raum ja verhältnismäßig groß ist für so ein Street-House. Ein Bewegungsmelder und zweites Kruzifix. Ja, da haben wir schon mal eins. Ich bin hier erst ins Buch geschrieben. Das ist... Machen wir das mal hier hin. Okay, dann räuchere ich dich noch aus. Auf, dass du gar nicht mehr erscheinst. Das habe ich gar nicht gebraucht. Welcher Stäbchen? Welcher Stäbchen? Welcher Stäbchen? Dummdi, Dummdi. Das Blinken immer. Das ist so langweilig, wenn die nur blinken immer. Das ist auch langweilig. So, deine Mutter ist auch langweilig. Das war eigentlich der ganze Raum. Wie sieht's aus? Nee. Jetzt musst du eigentlich nur noch warten, bis du mal irgendwas machst. Da läufst du öfters durch. Ich gucke gerade, ob ich das Event abgeschlossen habe. ... ... ... ... ... Ach, wie langweilig. Buchenknochen habe ich fotografiert. Happy New Year! Happy New Year! So, ich geh jetzt euch den Vorhang durch. Ich verstecke mich hinterm Vorhang. Ha, du findest mich nie. Schritt, ganz toll. Wasser, Wasser! Okay, Schritt, gehen wir es hier hinten hin. Gut. Gut. Müsste schon einige San Sanity gekostet haben. Was ist da hinten bei mir so ein bisschen aktiv? Ich gucke gleich wieder. Ich mache es wie eben auch, wenn ich das Crucifix-Event abgeschlossen habe. Dann fahre ich und versuche mein Glück für das geister Foto auf der nächsten Karte. Ansonsten gucken wir noch mal schon weiter, ne? Ich packe mal den einen Bewegungsmelder noch hinten in die Ecke. Nicht, dass er da hinten rum guckt. Und ich sollte den Crucifix besser da hinlegen. Ja, ist ganz gut im Blick. Da ist er einmal durch. Ja, ist ganz gut im Blick. Okay. Hast du das Wasser gerade wieder ausgemacht? Du bist da relativ aktiv. Du bist allerdings auch gerade wieder da durchgerannt. noch beide da. Naja, du bist eher da hinten. Da läufst du viel öfters durch. Nehmen wir noch beide Crucis da. Aber erscheinen möchtest du nicht. Du möchtest eigentlich auch gar nichts machen. Irgendwie. So. Es müsste eigentlich gereicht haben, dass du mal einen Versuch startest. Ich gehe? Hm. Kommt durchaus öfters vor, dass ich gehe und die Geister dann trotzdem noch erscheinen. Noch keinen Angriffsversuch? Nein. Noch keinen Angriffsversuch? Ja. Ist der irgendwo? Ne. So. Da sehe ich alles ganz gut. Kein Zuwort. Kein Zuwort. Pfff. Da ist noch beide. Beide Crucis Fröhlich da. Und wir haben einen Angriffsversuch. Das soll mir reichen. Irgendwann kriege ich meine Fotos. Wie immer. Ein sehr langweiliger Demer, muss ich echt sagen. Na gut. Dann machen wir gleich noch ein, zwei weiter. Bis dann. Ciao.